Die Szenen, die Sie gleich sehen werden, sind vom nächsten Film, der in diesem Kino gezeigt wird. Einige dieser Szenen sind nicht für die Augen und Ohren von Kindern oder ängstlichen jungen Leuten bestimmt. Wenn Sie ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter in Begleitung eines Kindes sind, möchten wir Ihnen nahelegen, dass Sie für die nächsten zwei Minuten den Kinosaal verlassen. Sie alle waren zu einer 100-Jahr-Feier eingeladen. Was sie feierten, war nicht wichtig. Es hörte sich nach einer Menge Spaß an. Bis 2000 Wahnsinnige. Die Wildwaren auf einem Gemetzel anfingen, eine gesamte Stadt in eine menschliche Blutlache zu verwandeln. Ihr seht sechs junge Urlauber, die durch einen antiken Fluch dazu verdammt sind, abgeschlachtet zu werden. Brutal, böse, jenseits aller Vorstellungskraft. Ihr seht das wirklich teuflischste Gerät, das je entworfen wurde. Von Wahnsinnigen erschaffen, um einfach nur zu töten und ihren unbarmherzigen Blutdurst zu stillen. 2000 Maniacs Gedreht in grausam blutigen Farben In der Hauptrolle das Lieblings-Playmate des Playboys, Connie Mason. Erleben Sie den leibhaftigen Wahnsinn von den Machern von Blood Feast. Der abartigste Leinwand-Schocker aller Zeiten. 2000 Maniacs Untertitelung des ZDF, 2020 Ver Sag mirror Aktuell twitter k